Yo, ich bin schon da. Lass mal zocken. Special-Version heute habe ich geschafft bekommen. Okay. Ja, wie macht man das? Wie schießt man das? Ey, ich habe so alte Displays von uns gesehen, da hast du es mir auch nie erklärt. Kretzstoff rund? Nein! Miro! Kretzstoff rund? Nein, ich weiß nicht, Kretz. So, hier auf Anstoß. Ich weiß nicht, ob ich jetzt FC Bayern oder FC Bayern... Hoffenheim! Hoffenheim! Beste, wo es gibt, glaube ich. Nein, du kannst ja genauso Schalke nehmen mit 5 Punkten. Oder Stuttgart. Ich nehme Mia Wieler von Acker. 99 angeweilt. Dann nehme ich die Jim Berader aus. Dann nehme ich die. Geil. Business. Ja, ich nehme die. Das ist ja ja auswärtig. Das ist nicht. Jetzt sind wir Tische stehen, Alter. So, ich spiele mal ein bisschen das Mini-Spiel. Oh, grandios! Ja, aber das blüht ja noch nichts, ne? Warum? Ich übe halt schon. Ja, Start! Aber warte, das müssen wir uns am Anfang immer anschauen. Das ist... Ich finde das immer etwas Besonderes, wenn du ein Spiel hast. Das ist völlig hässlich, wie sie rauslaufen. Was denn da? Ja, Handshakes ist Standard. Ja, komm. Spielen wir mal, oder? Ja. So, lass mal losfliegen hier. Hey, was mach ich? Ach, ich bin ja die anderen. Ich denke auch, ich bin blau, aber ich bin ja schwarz. Nein, 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 nein! Alter, guck, 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 guck! Tor! Nein! Tor! Ich dachte, ich hab den direkt. Ich dachte, er dachte, Fahrradkette. Nee, hätte, hätte. Fahrradkette. Jetzt hab ich den. Mit Ansagen. Alter! 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 Wie geil! Mit Ansagen! Das hab ich noch nie! Fuck, ey! Das hab ich noch nie! Oh, wir haben vorbeigesehen! Oh, ho, ho, ho! Ich bin schlecht. Ich schieß' mal! Oh, oh! Ich hab gerade ja nichts gecheckt, eigentlich. Kennst den Sprecher, der Tor, der passiert's? Na. Ja, Alter. Ja! Alter! Schon wieder im Chaos, was ist denn los? Was war denn? Alter! Alter! Ja, weil... Die Sekunde hättest du auch noch das Tor zeigen können, Roos. Nein! Alter! Alter! Aus der Distanz! Aus der Distanz! Nein! Nein! Alter! Fuck! Warte! Na! Oh, ich hab's... Es muss rausschneiden. Ich hab's, glaub ich, aus Versehen gemacht. Alles raus. Ja, ich wollte nicht dance. Jetzt hab ich einfach mal den Fuß gemacht, jetzt hab ich's auch gemacht. Ich war ja selber mal Schiri, deswegen ist es ja komisch, wenn ich mich über Schiri nicht beschwere. Ey! Dieser Scheiss Schiri! Einfach Augen zu und durch! Besonders auf Auto fahren! Augen zu und durch! Wie immer! Wie immer! Ah, okay, Halbzeit! Was? Was ist denn da? Wolltest du nicht die Live-Show sehen? Hä? Ich wusste gar nicht, das gibt ja FIFA! Krass, guck dir mal an! Was denn? Ah, wie nicht! Alter, aber hast du weitergemacht! Ja! Jetzt wo's... Na, die! Lass mal Hannibal! Alter! Der macht alle! Ja! Gut, dann zack mal! Zack mal weiter! Dann zack mal weiter! Dann zack wie dich! Kein Bock! Weiter geht's! Spiel fortsetzen hier! Weißt du warum, Tisi? Weil... Musik scheiße jetzt! Na, wir spielen jetzt als Fußball, wir haben keinen Bock auf Musik! Ja, ich finde es schon geil, dass die sich so neue Features einfallen lassen, wie Live-Banes! Ja! Oder läuft! Wie sagst du, Marcel? Alter, wie klar! Alter, was für meine Passavorte! Er merkt, er merkt, er merkt, er merkt! Uuuuh! Fast, ey! Ja, wieso, Ecke? Ja, das wird ganz gut Spaß los! Ecke Tor! Ich hab fast einen Controller gegen die Wand geschmissen! Wie dieser aggressive Junge! Nein! 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 Ja, aber weh, das hast du mit Absicht reingelassen! Jetzt hol ich dir noch eins! Willst du noch einen Kugel? Nein! Du kriegst jetzt einen Kugel! Ja, du kriegst einen Kugel! Ja, du kriegst einen Kugel! Du kriegst einen Kugel! Du kriegst einen Kugel! Oh! Ich spüre es wichtig in meinem Wickel-C! Ah! Oh! Was für ein Kugel! Nein! Nein! Ich fände sogar die Scheiße, warum es wirklich schlecht ist! Ey, Foul! Foul! Ey, da gibt es irgendwie so einen neuen Cheat, hab ich gehört! Ey, wie hast du das gemacht? Schau mal! Der gibt Gelb! Mein Spieler gibt Gelb! Wie hast du das gemacht? Okay! Jetzt aber! Jetzt bin ich heiß! Alter! Schau mal! Da sind immer wieder so neue Einstellungen! Und du suchst dran, wie du den Ball hast! Okay! Das macht weiter! Das macht weiter! Oh! Verständung! Geil! Die hab ich mal gepfiffen! Das sind richtige Bauern! Jetzt rennt er sich! Ich bin ein YouTube-Star! Nee, das nicht! Du warst auch mal ein Torwart! Ich bin auch ein YouTube-Star! Aus! Aus! Ich hab gewonnen! Nee, ich hab mal nicht! Mal nochmal spielen! Nee! Aber auf jeden Fall hab ich jetzt gerade hier mit Oost gezockt! Das war FIFA Real Life Let's Play! Vielen lieben Dank nochmal an Viva Con Agua bei diesem Spiel! Gegenüber 30.000 Euro einen guten Zweck! Haben wir echt super gemacht! Da waren ein paar Leute da! Die sind richtig cool! Vielen lieben Dank auch an Oost, der hier mitgezockt hat! Und ja! Der hat ein Buch geschrieben! Könnt ihr mal in der Infobox checken! Oder hier! Oder schaut euch mein nächstes The Game an! Oder folgt uns auf Instagram, wie ihr wollt! Oder abonniert ihr sie! Oder abonniert mich! Oder wählt nicht! Den Trump! Wenn ihr aus Amerika kommt! Hello American Guys! Don't Vail! Den Trump! Und wir sehen uns im nächsten Video wieder! Ciao! Zwei! Eins! Jo!